Abtushin Die Zehn Gebote Gottes Das sechste Gebot Du sollst nicht Ehe brechen Schon, dass es noch ein Gebot gibt, welches lautet Lass dich nicht gelüsten deines nächsten Weibes, zeigt, wie wenig mit diesem sechsten Gebot das gemeint ist, was das irdische Gesetz darüber bestimmt. Du sollst nicht Ehe brechen, kann auch lauten, du sollst nicht den Frieden einer Ehe brechen. Unter Frieden versteht man natürlich auch Harmonie. Das bedingt gleichzeitig, wie eine Ehe überhaupt beschaffen sein soll. Denn dort, wo nichts zu brechen oder zu stören ist, hat auch das Gebot keine Geltung, das sich nicht nach irdischen Auffassungen und Bestimmungen richtet, sondern nach dem göttlichen Willen. Eine Ehe ist also nur dort, wo Harmonie und Frieden herrschen, als etwas Selbstverständliches, wo einer immer nur dem anderen zu leben und ihn zu erfreuen sucht. Einseitigkeit und die so verführende, tötende Langeweile ist dabei von vornherein vollständig und für immer ausgeschlossen, wie auch die gefahrbringende Sehnsucht nach Zerstreuung oder Einbildung des Nichtverstandenseins, die Mörderwerkzeuge für jedes Glück. Gerade diese Übel können gar nicht aufkommen in einer rechten Ehe, wo der eine wirklich für den anderen lebt, weil nicht verstanden sein wollen und auch die Sehnsucht nach Zerstreuung lediglich die Folgen einer ausgeprägten Selbstsucht sind, die nur für sich zu leben sucht, nicht aber für den anderen. Bei wahrer Seelenliebe ist jedoch das gegenseitige Froh-sich-aufgeben etwas ganz Selbstverständliches und darin ist auch wechselwirkend ein Zu-Kurz-Kommen des einen Teiles gänzlich ausgeschlossen. Vorausgesetzt, dass auch der Bildungsgrad der sich Verbindenden keine zu große Kluft aufweist. Das ist eine Bedingung, die das Gesetz der Anziehung der Gleichart in dem großen Weltall fordert, das erfüllt werden muss, wenn das Glück vollständig sein soll. Wo aber nicht der Frieden, nicht die Harmonie zu finden ist, verdient die Ehe, nicht Ehe genannt zu sein. Denn sie ist es dann auch nicht, sondern nur eine Erdgemeinschaft, die als solche vor Gott keinen Wert erhält und deshalb auch nicht Segen bringen kann, in dem Sinne, wie er bei einer wahren Ehe zu erwarten ist. Bei dem sechsten Gebot ist also wirkliche Ehe nach dem Gotteswillen Voraussetzung. Eine andere ist nicht geschützt. Doch wehe dem, der eine wahre Ehe in irgendeiner Art zu stören wagt. Denn der Triumph, den er auf Erden hier davon zu haben wähnt, erwartet ihn feinstofflich in ganz anderer Gestalt. Entsetzensvoll möchte er davor fliehen, wenn er hinübertreten muss in das Reich, wo ihn die Folgen seiner Taten erwarten. Ein Ehebruch in weit tragendstem Sinne ist es sogar schon dort, wo der Versuch gemacht wird, zwei sich wirklich seelisch Liebende zu trennen, wie es sehr oft Eltern tun, denen der eine oder andere irdische Umstand dabei nicht nach ihrem Wunsche ist. Und wehe auch dem Weibe, wehe einer Manne, ob nun jung oder ob alt, welche aus Neid oder aus Tendelei heraus bewusst Unfrieden bringen oder gar Zerwürfnis zwischen einem solchen Paare. Die reine Liebe zwischen zwei Menschen soll geheiligt sein vor einem Jeden, soll ihm Ehrfurcht einflößen und Achtung, aber nicht Begehr, denn sie steht unter dem Schutz des Gotteswillens. Sucht ein Gefühl derart unsauberen Begehrens aufzusteigen, so wende sich der Mensch und schaue nur mit klarem Auge unter die Menschen, die sich noch niemand seelisch angeschlossen haben. Sucht er mit Ernst und Geduld, so wird er unbedingt auch einen Menschen finden, welcher zu ihm passt in der von Gott gewollten Art, mit dem er dann auch glücklich wird, ohne erst eine Schuld auf sich zu laden, die niemals ein Glück bringen und gewähren kann. Der große Fehler dieser Menschen ist nur oft, dass sie einem im Anfang stets schwachen Gefühlsdrucke nachzugehen sich bemühen, ihn gewaltsam in sich halten, pflegen mit gekünstelter Fantasterei, bis er erstarkend sie erfüllt und peinigend auch zu der Sünde treibt. Tausende Menschengeister würden nicht verloren gehen müssen, wenn sie nur immer auf den Anfang darin achten wollten, der, wo nicht Berechnung des Verstandes ihn erschuf, lediglich Menschen unwürdiger Tendelei entspringt, die wiederum den Ursprung in verderblichen Gepflogenheiten in irdischen Familien und vorwiegend Gesellschaftslebens hat. Gerade diese sind ja oft die reinen Heiratsmärkte, nicht sauberer als unverhüllter Sklavenhandel in dem Orient. Darin liegt eine Brutstätte der Keime für den Ehebruch. Ihr Eltern, hütet euch, dass ihr nicht der Schuld des Ehebruchs verfallet an den Kindern aus zu verstandesmäßiger Berechnung. Unzählige sind schon darein verstrickt. Sie brauchen viel, um sich wieder davon zu lösen. Ihr Kinder, werdet vorsichtig, dass ihr nicht etwa Friedensstörer zwischen euren Eltern werdet, sonst seid auch ihr des Ehebruches schuldig. Das überlegt euch wohl. Ihr macht euch sonst zum Feinde eures Gottes. Und es gibt keinen solcher Feinde, der nicht in unsagbaren Qualen zuletzt der Vernichtung anheimfallen müsste, ohne dass Gott einen Finger dazu rührt. Du sollst den Frieden und die Harmonie zwischen zwei Menschen nie zerstören. Das hämmere dir ein, damit es warnend stets vor deinem Seelenauge steht.